Hallo liebe Fitnessfreunde, heute noch eine kleine Super-Tipp-Übung mit solchen kleinen Gummibändchen hier, die ich mir befestigt habe, kann man tolle Sachen machen für die Brustmuskulatur. Es geht ja vor allen Dingen darum, schaut mal hier, hier richtig anzuspannen, richtig, ein bisschen weiter muss ich noch auseinander gehen, hier richtig die Muskeln gerade auf den inneren Bereich anzuspannen. Und es kommt nicht immer auf das große Gewicht an, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass ich Spannung in die Muskulatur bringe, dass die Muskeln richtig arbeiten müssen und den Druck aufbringen müssen gegen das Gewicht, egal ob das jetzt eine Hantel ist oder ein Gummiband. Und ihr seht oder ihr hört auch an meinem Atem, das ist schon schwer und ein tolles Gefühl auch noch, dass die Brust wirklich richtig schön angespannt ist. Wenn ihr das noch nicht so kühlen könnt, dann nehmt ihr einfach einen Finger und legt den hier hin und dann könnt ihr nochmal genauer den Weg vom Kopf zum Muskel hier anspannen bzw. richtig euch darauf konzentrieren und Freude haben. Ja, los, ausprobieren, vorwärts und tschüss, schönen Tag noch.